halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight und ja der noxie ist mit am start und wir zocken online der satschen der ist gerade abwesend weil er ja er ist mit sich wieder auf den server gekommen aber ich habe ihn auch hier zum ts gemütet weil er immer seinen scheiß get set ans mikrofon legen muss und dann hört man uns immer wieder und deswegen nicht wundern wenn noxie auf einmal mit einem geist redet das ist dann wahrscheinlich wieder zurückgekehrt ja es ist ja nicht schlimm aber noch nebenbei als versuch es klappt noch ein kleines hallo von mir wenn wir scheinbar scheinbar kein geist zu sein wie sie in der haken aus er ist jetzt hier für pech er hat direkt getroffen das erste mal will er dir schon zum kurs geben gibt es doch gar nicht was ist denn los wer ist hier überhaupt los was ist denn jetzt los viel zu aufnahme ja ich sehe es ich bin gerade am aber auch scheiße der kämpft aber auch nicht der geht weg was machst du denn da hallo der kämpft nicht der geht weg jaha ich bin am weg ach doch da hinten ist er irgendwo im hintergrund der kommt hinten in meinem baum warte doch ich bin am weg zu dir bist du hier noch ein bus hör zu doch ich weiß jetzt will ich eine aufnahme machen der ist da hinten in dem baum jetzt läuft er eine wunde jetzt oder nie ich habe einen ganz schlechten tag muss ich sagen hallo oder hoffentlich bläht hier hole ich dir raus kommst du mit mir dann kannst du mich heilen gleich mal sagst wie was scheiße oh scheiße ich muss mir gleich mal den Pulli anziehen ach das gibt es doch nicht bleib mich schon wieder was ist denn denn los mit mir ach so doch ich bin immer noch in der Nähe oh man ich glaube wenn ich jetzt in den Haken komme wo ist der bin ich gleich tot wo ist der wer denn wer wohl ich bin am Haken rechts neben dir Tuch 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 Scheiße das ist doch was ist denn heute los ein Glück mal freuen kein Glück das sieht mal ganz schlecht aus erkennt sich durch sie schon hässlich aus Der Noxy will in der Kiste und kriegt einen Medi-Pack, cool. Da vorne ist ein Generator, die vier Lampen, die du siehst, das ist ein Generator. Oh, ach, da vorne. Der rechts hinter dem Haken, ja, das ist ja prima. Pass auf. Ja, wo? Das ist doch, ne? Da, siehst du. Der lässt doch weg, das ist gut. Du hast doch immer so'n kurzes Bling, bevor der, das Mini-Spiel kommt. Ein kleines Geräusch. Ah, ja, ich hab's gehört. Scheiße. End ist er. Geh weg. Will dich nicht. Wo ist er? Äh, bei Ida Ferne. Äh, hier, 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 hier. Du musst den Generator weitermachen, du bist dann weg. Ja, 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 ja. Der kommt jetzt doch schlecht erst mal zum Generator gerannt. Jetzt hab ich natürlich mal in der Opfergabe verschlenzt, ne? Pass auf, der ist, der ist, der ist, naja. Du, achsch! Weg, weg, weg. Du siehst mich los, du siehst mich nicht, ich siehst mich. Oh! Oh Gott. Ich würd grad sagen, nicht im Sprinten drüber springen, weil dann machst du Geräusche. Die wehrt sich und rügelt. Nachher geht in den Keller, als du willst du genauso. Und das, liebe Kinder, ist der Grund, warum ich kein Heavy Rain oder sowas spiele. Weak-Time-Events und euer Noxie ist... Muuuuh. Gut, der bleibt, glaube ich, im Keller stehen. Behalten mal im Auge. Ich bin ja nur gerade am Üben. Jetzt geht er im Keller hoch. Ja, die frech. Ja, um... Kommt. Wo ist er? Also, bei dem klopft er noch. Der ist wieder näher bei der. Ich gehe damit weiter weg. Jetzt ist er hier irgendwo bei mir. Wo? Ich bin da weggegangen. Wo ist der? Jetzt habe ich noch... Jetzt habe ich noch... Jetzt habe ich noch... Jetzt habe ich noch Motto auf der Maus. Nur zur Erläuterung, meine Frau kam eben rein. Hat stumm die Fenster aufgemacht und die Tür aufgerissen. Er ist tot. Sie? Oder hin war er. Nein, du siehst mich nicht. Geh weg, geh weg. Ich sehe da immer noch... Gehen die Freiheit. Zeugt eine Familie. Mir egal. Lass mich hauptsache in Ruhe. Dort läuft doch. Ja, ja. Ich sehe da. So, ob du jetzt die Generator irgendwann auch mal hinkriegst. Dadurch, dass du gesagt hast, irgendwann... Wo ist der? Da. Oh, scheiße. So, du machst die Geräusche, Junge. Das macht Geräusche. Du weißt, der Keller, wo du bist. Klar, du wirst das eben mal ein Killer spielen, um dass du vielleicht den Killer auch begreifst, was das sieht und was der nicht sieht. Dahin läuft doch noch egal. Was ist denn das für eine Arschkrampe? Der läuft schon. Ja, nix, die Hände und das ist schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, wenn ich als gelernt habe, das ist Verstecken und Flüchten. Ah, er schreit hier. Keine Ahnung. Boah, der wird gerade voll besoffen, ey. Nix, die Einspannung. Was? Ich? Ich bin gar nicht gewöhnt, dass der gar nichts sagt. Ja, das ist... Das ist die Hitze. Nee, der spielt ist aber auch echt fordernd. Also, konzentrationsmäßig. Nee, wichtigere Frage. Da hast du gerade was, siehst du? Die vier Lampen. Ich höre... Ich sehe nicht nur, was ich höre, aber... Nein! Hör aufzupacken! Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, oh, 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 oh. Nein, 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 nein Oh Gott! Geh weg! Ach der lebt ja auch noch! Lebt doch noch einer! Spawn wieder zurück, hast wieder nen Generator dort. Ach hier vorne ne? Und wenn der Herzklopfen hört, dann geht gleich zurück in den Schrank. Aber nicht rein rennen, du machst zu viel Krach. Nicht E drücken zu breiten. Nein, da hat ich nicht gesehen! Der hat rennen, der hat rennen, der hat rennen, der hat rennen! Oh Gott! Da sind die vorbeigeschneiden! Pallete, Pallete! Ja! Geh doch mal weg jetzt! Ach so, keine Freunde! Ich glaube, wo man so aussieht, hat man richtig. Hiiii! Boah! 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 weiß was ich probiere einfach mal zu flüchten nee nee der guckt schon zu dir kannst du nicht flüchten ich kann flüchten nee der haut eh ab nee nee der kommt zu dir ich versuche zu flüchten alles ist jetzt spät also sorry für die lauten Tassaturanschläge aber ich bin gerade ein bisschen angespannt er hat ihn noch er gewinnt die Runde auch noch ich glaub so nicht boah haha ich bin auf die wiggelt sich noch mal frei was auch nein hey da Schwede da hat der Killer mal wieder gewonnen und ich hab meine Punkte um sonst irgendwas verdammt geschehen naja ok liebe Freunde da würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Kill da machst du willkommen Freunde oh mein Decker willkommen zu einer neuen Folge äh dead by daylight ja ihr habt schon sicherlich gehört der Onkel ist dabei richtig wer bist du denn wer bist du denn ich bin der hier oder ich bin der hier gerade an dem Baum hin und her läuft ja gut guck guck wie da bist du jetzt ja ich bin hier der hier ist vor dir steht ok wo ist denn der wo ist denn der Gerne Blasen oder hier im Feld ah ja ja guck komm doch mit an geh doch nicht geh doch nicht zu dritt doch nee geh doch hu hu ja und alle alle rennen sie gegen alle oh mein Gott leide ey und ich bin wieder auf dem Baum hängen geblieben ja ja wir werden unterher natürlich ich bin so blöd was ist denn da nicht los was ist denn da nicht los mein Gott das kann nicht wahr sein aber wie alle so ähm aber alle alle gegeneinander gereinigt scheiße scheiße wie aufgeschritten ich hänge und er oh ich versuche ihn zu finden aber unsichtbar also von daher jetzt geht er weiter weg aber er weiß immer noch immer mehr siehst du bist du das jetzt der da gejagt wird weiß ich nicht jetzt kommt er wieder zurück da bist du jetzt eigentlich ich bekomme pass auf der A da ist er ich glaube der verfolgt dich oder hui hui boah was für Herrscher ich bin tot ich habe keine Ahnung warum das so schnell wie er aussieht ach man ey was ist denn heute los ey ich bin heute so ein mega loser und vor uns habe ich schon meine Opfergabe verschlenzt ich war es als erstes dort habe ich statt 1000 Punkte 2000 bekommen wow die helfen einem aber absolut nicht ne die helfen einem aber absolut nicht ne ja Lock ihn auch nach mir du idiot ja 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 Da macht er es mit dem anderen Beschäftigen. Hä, wie das sich wickelt, da geht. Hä? Achso. Blau. Du siehst nicht die gelbe Silhouette von dem, ne? Alter. Der hat sich freigeutelt. Der wird sicherlich... Der jagt den weiter. Der hat ihn auch. Ja, der soll ja herkommen. Warum denn? Der hat doch den. Der andere hilft ihm doch. Okay. Dann kann ich mich ja einigermaßen hier drauf operieren, konzentrieren. Wollte ich jetzt sagen. Operieren. Das sinnlöse ist... Ja, du willst ja den anloggen, ne? Von wegen, du. Keine Ausrede zu schade. Pass auf, ich glaube der kommt, oder? Ne, der ist noch dort. Achso, warte mal, ich wechsle noch mal zu dem, der da fängt. Na wo? Der steht noch dort und da näher. Der steht noch mal zu dem guckt. Ne. Der steht noch mal zu dem guckt. Ne. Der Tätertyp ist tot. Gleich. Also wenn ich den jetzt hier gleich fertig habe, dann mach ich mich auf der Suche nach der Klappe und warte bis der andere stirbt. Dich? 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 Schauen wir mal den Geist. Uh! Gut! Boah, war das knapp, Mann! So, jetzt heißt das nachher Luke suchen. Hm, Luxy. Hm, Luxy. Hm. So, wo haben wir die Luke? Hä? So, wo haben wir die Luke? Hä? So, wo haben wir die Luke? Hä? Hm. Aber ich bin gerade extrem angespannt. Hm. Komm, los, kommentier doch mal den Gameplay. Äh, aha. Ja. Ja, meine Freunde. Ich suche jetzt hier gerade die Luke. Die Luke Skywalker. Richtig. Da musst du langsam wirst du die nicht finden. Wenn ich den Geist nicht einmal irgendwie gesehen habe, eine Silhouette oder sowas. Ach, stimmt ja, Geist. Da ist er, hast du gesehen? Jo. Gut, dann kann ich hier jetzt in Ruhe los düsen. Warte, ich guck mal rüber. Der jagt den, jo. Warum auch immer der so komische Scheiß macht gerade. Hm. Wo? Was nun? Jetzt hätte ich mich fast verdrückt. Hi. Mama. Sackgasse. Wir sind heute beide richtig gut drauf, würde ich sagen. Und jetzt wiggeln, 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 wiggeln. Vielleicht finde ich hier irgendwo, wenn er läuft, äh, die Dingsbums. Oder auch nicht. Und der andere Typ würde den Hagen sabotieren. Voll. Oh, ich hasse, dass wir Spieler das machen. Einfach vor einem rumstehen. Ja, ich probier's. Ja, ich probier's. Scheiß, doch. No risk, no fun. Also hat der vielleicht Zeit zu entkommen. Krieg mal mehr Punkte. Ja. Ups. So, die Klappe. Ich hab fast gar keine Punkte gemacht. Guck mal, wie viel Sachen der hat. Warte mal, wenn der entkommen ist, dann kriegst du mehr Punkte. Ja. Der fällt da beide. Das ist doch... Ne, doch nicht. Ich glaub das... Das Metallstück da links wäre gut. Ja, ich glaub das hat er auch grad gedacht. Schau. Und er ist down. Was? Ja. Das war's. Tja, liebe Freunde. So sieht's aus. Vielleicht macht er den selben Fehler wie mein Oh, ja, er macht den Fehler. Nee. Ja, ja, ja. Oh, der er hat extra gemacht. Ich glaube, das war Absicht. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Ich hab wieder keine Bungen weiter. Naja, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill.